Hi Kevin! Hi Kevin! Hi Kevin! Grüß euch meine Freunde zu Little Nightmares. Das Spiel ist erst am 28.04. rausgekommen und ja, ich zock's jetzt. Ich bin schon total heiß drauf, das ist ein Horrorgame, ein 2D Horrorgame. Na gut, es ist mehr verstörend als Horror. Ich habe es mir schon angeschaut, ich spiele es heute mit Controller. Denn ich finde es lässt sich mit Tastatur ein bisschen scheiße spielen. Ich hoffe euch hat mein letzter Part von The Forest gefallen. Ich habe auch noch ein anderes Video, was ich nach dem gleich hochladen werde. Und ja, ich würde sagen wir springen hier erst mal rein. Oh. Also die Story habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Also wie gesagt, ich habe es noch nicht komplett gesehen. Ich habe mir halt nur ein bisschen was angeschaut und es ist ein bisschen komisch, die Story. Also so wie ich es gehört habe. Oh. Und wir sind anscheinend ein kleines Mädchen. Okay. Mal gucken wie die Steuerung hier funktioniert. Oh. Oh, Feuerchen haben wir auch dabei. Wo sind die Skatten? Wo sind die Gippen? Stumm vergessen. Naja. Und ja, ich hab gehört hier gibt es ja kleine Lichter, die man machen kann. Und man kann auch Zeug hochheben irgendwie. Aha. kann man auch irgendwie ach so gut lass ich deinen anmachen hier gibt es auch so auch die Kerzen und sowas, was man machen kann wo viele denken, das ist ein Checkpoint obwohl das irgendwie gar keiner sein soll da, 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 da hurra, hurra, die Kerze brennen so, ich glaube, wir müssen hier lang und sie ja, ich werde das davon aber mehrere Parts machen ja denn es gibt nur viele oh, ich wollte gerade sagen, wo sind wir jetzt es gibt nur viele, die das in einem Part durchmachen aber die Zeit habe ich leider nicht ich hoffe, ihr versteht das aber mal sehen, wie weit wir kommen na die Grafik ist schon nicht schlecht aber, finde ich ist, hängen geblieben ne, die Grafik ist schon echt nett kann ich kann ich hier fester jo, kann ich kann ich hier irgendwie ne find ich das ne oh was ist denn das da hallo der Blumensack nicht Spaß nehmen wir dich mal mit ich weiß zwar nicht, für was wir das gebrauchen können ok, ich hab's pute mal toll naja und schwupps schicke Couch hast du komm ich hier hoch ne nö nö wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet von dem Spiel also ich finde es mega geil da hat ihm gefallen ok ok die scheint ja nicht gut zu gehen, meine naja, ich kenne das doch kann ich das lesen irgendwie ihr könnt es anfinden ne komm schon ran ah ne, da brauchst bestimmt nicht du hier nö nö gn动 juhuuu we Kann ich ihn aufmachen? Ja, ich kann ihn aufmachen. Das ist ein Brenner? Ich hab auch schon gut. Was war denn, ist überhaupt kein Kaffee? Komm ich da rein? Ja. Geht's hier längs? Die ist ja gar nirgends so'n kleiner Dudel angeflitzt. Aha. Da. Christy! Oh! Ich kann ihn knuddeln! Komm her! Knuddeln! Nee. Wie süß. Wie cute, Junge. Ich seh hier hinten aber wieder nix. Christy, wie geht's dir? Nicht gut. Nee, aber ich kann Klimmzüge machen. Eins und zwei und drei. Kein Bock mehr. Kommst du mit? Schade. Ach, das kann ich mitnehmen. Schade. Hier sieht man ja kaum was. Oh, hier bin ich sogar hoch. Ich hab' mal ausprobiert hier noch. Ohi. 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 Oh Ich geh'n! Na, nurf! Nuff! Wann ging das jetzt nicht? Iiiget! Boah, gerade so! Aua! okay wird er oh komm her! f. maman ee, ee ee e ee 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 e ee 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 eee fui fwe1 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 fwe3 fwe3 fwe frw fweif wek a, sie machines ut auch da schon wird er tut komm her wo ist er hin wo ist er hin ich finde das Spiel so geil ich sehe zwar kaum was gerade aber ich finde es so geil komm hier hin nekdunks yes alter 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 warte warte ich sehe nix dann nochmal ich würde mich gerade aus drüber springen müsste ich doch eigentlich schaffen anders das was geschafft Rapunzel, Rapunzel, lass deinen Ha-Ha runter. Wie im Knast hier. Schlimm, schlimm, schlimm. Komm ich denn raus? Oh ja. Klatsch. Klatsch. Mastrig. Uh, das magische Klopapier. Das sieht aus, als wäre es elektrisch gelogen. Und jetzt? Aha. Da komm ich nicht hoch. Ich hab dich wirklich dabei... Ja und? Ohuhu! Was abliegt da mein Unclean? dachtest du du kannst dich von mir verstecken kollege ne 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 da spachtest du klobbiat das magische klobbiat ments Lauf! Lauf! Ach, geschafft! Sag mal! Oh, ne Schaukel! Für Schaukeln! Halt ich fest! Lauf! Schaukeln wir mal noch rein! Kann nicht! Was ist denn hier? Mensch, ich sollte das mitnehmen! Oh ne Chuchu-Bahn! Uuuuh! Ne Chuchu-Bahn! Zu duf! Ne Chuchu-Bahn! Nein, jetzt hab ich's Bödemo! Hab ich's Bödemo! Ab, ab! Blöde Chuchu-Bahn! Kann ich's jetzt umdrehen bringen? Das wär schon cool! Kann's... Ne! Toll! Ich hab grad gesehen! Schön, deswegen hatte ich so viel Zeit! Toll! Scheiße das! Muss ich jetzt auch noch von... Ist hier was? Muss ich jetzt auch noch von da hinten? Ist hier vorrennen? Es gibt's doch nicht! Kann ich's rausziehen? Jo! Kriegt mir das was? Glaube weniger! Ne! Das geht nicht! Ne! Ne! Kann ich das hier hinten rausziehen? Ne! Was machst denn du? Sag mal! Ne! Geht nicht! Ich sag rausziehen! Hallo! Oh! Oh! Das ist... Du hast hier... So ne schlechte... Das sieht man so schlecht! Weil das so 2-3D ist! Das ist echt komisch! Oh! Oh! Ich seh nie! Warte! Das sieht man nicht so verkackt! Scheiße! Und los! Das gibt's noch nicht! Kann man die Schuhe nach die unten nicht rausziehen? Mensch! Ne! Aber die... Mach ich mir viel einfacher! Ich bin jetzt... Ich bin scheiß Cheater, aber ich darf das! Ich darf das! Ich darf das! Und... Umso! Jip! Und jetzt... Mit Turbo Tempo! Hop! Ne! Nö! Freundchen! Allein! Entschuldigung! Na das schaff ich nicht mehr! Das kann ich cleveren! Oh man! So ein Scheiß! Mit Feier spielt man aber nicht! Aber jetzt! Mit Speedrun! Lauf! Schneller! Schneller! Und hängen geblieben! Ich schaff's wieder nicht! Ich schaff's nie! Man wird nicht sterb jetzt! Ich warte was und sterben! Oh! Das war mehr als knapp ey! Alter Schwede! Ne! Okay! Okay! Ich bin ich da! Ich darf mich bestimmt nicht sehen! Nix! Nix Sc ganz nach rechts kannst dich mal in dem Fall ist da schon eine Lampe das scheint doch zu speichern Moment mal das gibt es nicht hinten stehen Gibt es hier überhaupt was? Ja, eine Wand wo ich wieder dagegen laufe Ich verloge Für was ist das hier? Na? Na? Toh, da springt davon nicht höher Ne, bringt nichts Das ist einfach nur eine Tür Nein Ne Na, ist doch das jetzt Was kommt denn da hinten? Ich will was machen Ne Nö irgendwas muss ich machen können Den Raum wird es doch nicht umsonst hier gehen. Ah! Komm mit, meine Barbara. Das ist die Barbara. Schmeiß schon. Und heute muss ich die Dinger sammeln. Keine Ahnung. Ich mache ihn aus. Ganz stark. Fuck, Alter. Was sind das für Äner? Alter, was bist denn du? Alter Luf, ja weiter. Bitte. Bitte. Ja, ja genau da lang. Zieh dich ab. Komm. Ich bin, ich bin. Ich bin. Ich bin. Noch nie. Ich bin. Ich bin. was war denn das für eine alter war das der koch ich glaube hier gibt es einen koch ich sehe nichts nicht 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 chill mal da war gerade eine ratte wenn du hungen hast kannst du die essen du willst mir doch nicht erzählen dass du jetzt in 2-3 minuten verhungerst jetzt übertreibe nicht jetzt geht es nicht weiter nimm könnt ihr dankeschön na das ist immer was übrig wir sind verfressen leute ihr seid extrem verfressen danke dir ich würde ja knütscher gehen aber ich mache da wochen zu schützern beim nächsten speichern freindbach maßbach Ich weiß nicht, warum ich gerade krieche. Naja, egal. Da bin ich nicht hier. Hier ist der Stromschuldanteil. Das ging nicht gebacken heute. Jetzt auch nicht. So, aber jetzt. Machst du denn du Mädchen? Ja, mach es noch kaputt. Wir haben ja kein Geld. Quatsch. Fisch das so auf. Ach, da. Lämmchen. So. So, 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 so. So meine Freunde, da war's das heute. Für den ersten Part für Little Nightmares. Ja, ich denke mal heute oder morgen wird der zweite Part kommen davon. Ich hoffe euch gefällt das Spiel genauso wie mir. Und wenn's euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Und ja. Bis dann. Bis dann. Bis dann.